Ich will auch als Student später mal sagen, ich komme von einer renommierten Universität und habe die bestmögliche Ausbildung genossen. Und so eine Reputation sorgt ja auch dafür, dass aus der ganzen Welt Studenten, Wissenschaftler, Arbeitsplätze, Unternehmen und so weiter kommen. Das ist ja für die Stadt auch einfach eine gute Sache. Ich denke, das ist rundum positiv.